Abdenau steht für nachhaltigen und familienfreundlichen Tourismus. Mit dieser Ausrichtung erzielt der Ort knapp 230.000 Nächtigungen pro Jahr. Neben dem Natur- und Freizeitangebot arbeitet der Ort an der Vermarktung der Abdenauer Heilquelle. In den vergangenen fünf Jahren sind hier Riesenschritte gemacht worden. Ein EU-finanziertes Interreg-Projekt erkundete das Thema Gesundheitstourismus. Eine Studie der Uni Salzburg bestätigte wissenschaftlich die positive Wirkung des Heilwassers. Gemeinde und Tourismusverband haben sogar einen Platz für eine mögliche Badeanstalt gekauft. Und dank Zuleitung könnten auch die heimischen Tourismusbetriebe das Heilwasser nutzen. Denn das Wasser ist nun mitten im Ort verfügbar. Ich bin jetzt mit dem Bürgermeister von Abdenau, mit Johann Schnitzhofer, beim Ursprung des Abdenauer Heilwassers. Herr Bürgermeister, was für eine Wirkung hat denn das Abdenauer Heilwasser? Also das Abdenauer Heilwasser ist untersucht worden medizinisch auf äußerliche Anwendung. Also es wirkt sehr gut auf die Haut. Es ist allgemein auf Stoffwechsel wirkend. Wir haben, wie du richtig sagst, wir haben hier eine Quelle von den beiden Quellen. Das ist die Annenquelle, die bleibt auch so unberührt, wie sie hier ist. Und die Rupertusquelle, die jetzt 100 Meter weiter vorne ist, die haben wir entsprechend gefasst. Und die ist auch das Wasser, das im Ort dann verfügbar ist. Seit Jahrzehnten beschäftigt ja eben das Abdenauer Heilwasser auch die Gemeinde schon. Von was für einem Zeitrahmen können wir jetzt sprechen, dass zum Beispiel jetzt tatsächlich das Kompetenzzentrum entsteht? Wie lange wird es dauern, bis die nächsten Schritte kommen? Also das Heilwasser beschäftigt die Marktgemeinde Abdenauer schon mittlerweile seit Jahrhunderten, weil es ist ja 1886 von einem Förster entdeckt worden. Wie gesagt, jetzt wird es sehr zeitnah sein. Der entscheidende Punkt war sicher die Zuleitung zum Ort, die das erste Mal als Idee entwickelt wurde, diese Zuleitung 1968, das ist auch schon 50 Jahre her. Wir wollen aber in den nächsten zwei Jahren hier wirklich die Marke Heilwasser, Abdenauer Heilwasser wirklich entwickeln und auch zur Anwendung bringen. Super, vielen Dank für das Gespräch.